Erfahre alles über die Arbeit in der Schwerelosigkeit und wie das Leben im All funktioniert. Such dir als erstes einen Freund aus, der dich auf deiner Wissensreise begleitet. Und schon geht's los! Zieh dich an und starte deine Allmission. Astronauten dürfen nur das Wichtigste mit ins All nehmen. Was wäre das für dich? Mach davon ein Foto und nimm es mit. So sieht eine Mondlandefähre aus. Sie besteht aus zwei Teilen, einer Abstiegs- und einer Ausstiegsstufe. GPS bedeutet globales Positionssystem. Mit Hilfe von GPS-Satelliten können die Uhrzeit und eine ganz genaue Position errechnet werden. So weit sind die Planeten von der Sonne entfernt. 156 Jahre 1961 Ham Der Schimpanse hatte sogar gelernt, Hebel zu betätigen, um an Bananen zu kommen. Das Universum ist außerdem richtig alt. Man schätzt es auf 13,8 Milliarden Jahre. PS4 17 Untertitelung des ZDF, 2020